Willkommen zu Mr.Hilo! Win-Bilanz, aber 30 Siege? Ja, das kriegt der doch safe hin. Der spielt den ganzen Tag doch auch nichts anderes. Wenn wir wirklich die ganze Zeit dieses Games spielen würden. Was schaust du, wir haben jetzt, ich glaube in der letzten Zeit haben wir überhaupt keine Champion-Matches mehr. Gut, du kannst natürlich sagen, die haben es im Solo geholt. Könnte eventuell ein bisschen besser sein. Shield-Hit, dem einen an der Brücke. Hier irgendwo. Steht blöd im Fenster drin. I'm down. Okay, nice. Sorry, ich muss rushen. Ich komme. Da rein in das Gebäude. Und der andere camped hier und liegt irgendwo oben. Ich kill ihn einfach. Hätte sogar einen redeployen. Aber du hast Gulab, oder? Ja. Ich habe leider mit dem Fenster drin. Ich komme. nicht. Ich. Ich... Ich. Hey. Ich. Ich. Ich glaube da hat er nichts für den Pern gekommen. Was ist hier draus? Ja, natürlich. Ich habe dann einen in den Ehe gehofft. Ich habe dann einen in den Ehe gehofft. Ich habe dann einen in den Ehe gehofft. Kommt. Kommt, kommt, kommt. What the hell? Der sieht dich nicht? Der sieht dich nicht aus. What, downstairs? Oh, mir das ist off. Shit. Das war's. Das war's. Das war's. Nice. Nice. Oh, ich war jetzt auch gerade. Das Problem ist, wenn der jetzt selber erst hat. Geht schon wieder. Ich hab's selber in. Ah, ne. Ja, ja, da ist dahinten. 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 Ja. Hier oben cracked. Ist wieder hier in der Position. Noch mal down. Ja, da ist dahinten. Ja, da ist dahinten. Ja, da ist dahinten. Ja, da ist dahinten. Die leben halt wieder. Tastee. Wo ist da eine hingefallen? Woh! Yes, man. Du kannst ja den Fuck-Off sonst wo hinstecken. Geil, Alter. Oh, die haben wir gerult. Warte beim Shot. Wir könnten uns eine Ausrüstung bringen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Wieso klettert der nicht weiter? Kannst du mir das ganz kurz erklären? Ich hatte gesehen, dass er nicht geengt wurde. Gehen zu der Mauer nach vorne, also links von deinem Haus jetzt. Was ist bei mir hier unten drin? Genau, hier geht's rein, sondern sich in deinem Haus zu sehen. Crack den hier. Ich bin gerade runtergeplumpst. Ich komme hier unten rein. Ja, ich bin jetzt oben. Geh direkt rüber auf die andere Seite jetzt schnell. Weil dann flieg ich schnell zur Ausrüstung. Im Wasser, da schießt einer in der Luft irgendwo. Ja, über uns. Der scheiß Heli. Unter den letzten 25, sehr gut! Böse. Fuck. Äh, mach ich noch mal. Unter-Über mir! Über mir! Ich bin hier. Ich kann nicht sehen, diese Heli. Okay, gar nicht. Bleib da wo du bist, denn der ist... ...fährt über mir. Ja, ich werde von hinten beschossen. Ich kann hier nicht bleiben, leider. Scheiße. Ich werde von hinten beschossen. Ich werde von hinten beschossen. Ich werde von hinten beschossen. Du schnitt! Ich bin jetzt so f***ing schrecklich! Du schnitt! Ich bin jetzt so f***ing schmerzend! Ah, da schießt noch ein anderer auf mich. Du schnittst mich, du rauf mich. Doch, so viele! Ich habe den. Es gibt Kinder dort, denn sie haben zu verblicken. Es gibt ja nur diese Kinder. Ja, ja, ja. Auf hier, über da! Flank. Flank, flank, flank Komm herr, komm herr I'm getting looked at from different... Two? One crack? Pass her, pass her at me! Pass her at me! ... Vielen Dank.